ein pullen abhauen lol ich hätte ein anderes spiel über den haufen geschossen warum da kommt er wieder, der hat mein Moppet was ist dein Moppet? keine Ahnung was mach doch hin jetzt was ist dein Moppet? zum dritten mal getötet ich glaube der cheatet ohne scheiß man jetzt habe ich sein auto alle ohne scheiß der cheatet doch man das gibt es ja nicht alter das ist dem sein ernst oder was ja mann ich schwöre der cheatet ja mann der cheatet ohne scheiß man das ist so ein lurch man ja mann alter der kannst du mir nichts verzehren der cheatet auf jeden fall der fährt an mir vorbei und auf einmal steht er neben mir ja versuch mal von ihm wegzufahren ernsthaft bringt es da jetzt nichts zu machen dann müssen wir auf den anderen server gehen ich will mit pullenwurz lol das ist so ein mongo mann ohne scheiß der ist so rosa pink der ist so rosa pink als f Vielen Dank.